Einen witzerschönen guten Tag meine Lieben. Oh, ich bin heute in Berlin und es ist so toll, dass wir bei mir, ich habe ja gestern nicht gefühlt, weil ich ja gestern was zu Hause war und zwar ja, wir haben am Freitag Bambi geguckt und dann Teil, also einmal Teil 1 und Teil 2 gucken wir das nächste Mal war der Film, ist ja ein bisschen traurig, weil die Mutter ja gestoppt ist und schaut mal das an. Ich schneide das bei uns, bei Patricia schneide das auch in Hessen. Oh mein Gott, ey. Ja, Patricia hat sie wieder als nächste Woche eingeladen, es war jetzt nächste Woche, Samstag oder Sonntag, weil Sonntag ist schon Heiligabend. Da ist schon der Viertag und wenn da ist endlich Heiligabend, dann freuen wir uns auf die Geschenke. Und ja, das ist einfach so toll und dass wir jetzt in meinem Brief schrieben, vor allem mal, dass wir die 100.000 Abonnenten erreichen, als nächstes Jahr, wo auch schon mache. Und das sieht so einfach so schön aus. Wenn ihr mag, gerne schreibt in die Kommentare, ob ihr euch auch schneidet. Und ja, ihr könnt mir gerne einen Daumen hoch geben und schreibt in die Kommentare, dass ihr bei uns ja, dass ihr bei euch auch schneidet. Und ja, aber bei uns schneidet er schon heute. So einfach schön aus. Oh mein Gott, ist das einfach schön aus. Ich mache den Schnee, die kleiner Schere, der unten ist. Und den Lenny, die mache ja auch Schnee. Aber so toll, dass es wieder schneidet. Es ist so einfach so toll, dass wir mal wieder mal Schnee kommen. Und das ist einfach so toll. Also das ist so, ja, das ist einfach so toll, dass wir mal wieder Schnee kommen. Aber egal, wie der Schnee wieder ist. So, wir verabschieden jetzt mal aus dem Nougat. So, bis zum Kepferlad, da gibt es halt Daumen nach oben. Mir ist nicht gefallen, daumen nach unten. Und jetzt ist es erst mal wieder. Und wir müssen frühstücken. Ich habe noch gar nicht gewünscht noch. Dann gehen wir noch zu Helping, wenn ich weiß, was man noch kaufen will, weil man auch speziell ist. Oder ich sage einfach euch morgen und vielleicht auch. Und ich wünsche euch einen schönen Tag, schöne Arbeit und schöne Gute Nacht. Wir sehen uns morgen.